Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finger-Friendly Mobile. Mein Name ist Daniel und heute gucken wir uns das Programm Open Market an, womit wir bei Freeware Pocket PC.net Freeware runterladen können. Als erstes installiert ihr das Programm, dann startet ihr es und dann landet ihr auf dem Anmeldescreen. Hier müsst ihr euch einmal bei Freeware Pocket PC.net registrieren. Das habe ich jetzt bereits getan, könnt ihr aber auch von dieser Oberfläche draus machen. Und jetzt wollen wir uns die Oberfläche an sich mal angucken. Also wir haben hier eine Liste mit den Freeware Programmen. Da gibt es eine Option, die heißt What's New. Wir sehen eine Übersicht und rechts sehen wir auch immer die entsprechenden Beurteilungen der Programme, die schon von den Usern durchgeführt wurden. Oben können wir noch das Most Popular wählen, also die am meisten beliebtesten Tools angucken, ebenfalls in einer Liste. Und dann gibt es noch Featured, das ist von Freeware Pocket PC.net eine Liste, die Sie bevorzugen und die Sie empfehlen würden. Das Ganze lässt sich sehr fingerfreundlich bedienen. Man kann es nach oben und unten scrollen. Es ist sehr einfach und kinetisch. Es rollt von alleine durch. Und wir wollen uns noch etwas die Funktionen der Software etwas genauer angucken. Das Ganze ist dazu da und das große Archiv von mehr als ca. 6700 Programme bei Freeware Pocket PC.net zur Verfügung stehen, sich runterladen zu können. Und zwar das direkt auf dem Pocket PC, also ohne den Umweg über den PC zu gehen. Und wie das genau geht, möchte ich euch mal hier demonstrieren. Man guckt sich also die Liste nur ruhig an, man stöbert ein bisschen, was kann man da gebrauchen, liest sich entsprechend die Beurteilungen durch, die auch für manche Programme zur Verfügung stehen. Das alles ist meist in Englisch zur Verfügung. Und wir gucken uns jetzt einfach mal hier den Ticking Timer an. Der hat nämlich noch keine Bewertung. Vielleicht können wir dafür ja auch eine abgeben. Also hier ist eine kleine Beschreibung des Programms vom Autor. Wir gucken mal, gibt es Reviews? Nein, gibt es also noch nicht. Perfekt, können wir gleich einen dazu schreiben. Und das Ganze fängt an, indem wir hier einfach auf Download drücken und er lädt das Ganze runter und bietet mir dann gleich mit dem Install Knopf an, das Ganze auch zu installieren. Das werde ich durchführen und er startet automatisch die CUP-Datei und installiert das Programm direkt auf dem Pocket PC. Das Ganze kann ich hier wieder schließen. Und wir sehen, er bietet mir auch gleich dann die Möglichkeit, uninstall zu wählen. Das heißt, ich kann es aus dem Programm auch gleich wieder deinstallieren. Jetzt wollen wir uns das Programm natürlich erstmal angucken. Klicken wir mal drauf. Der Tick Timer. Ein sehr, sehr simples Programm. Hier geht es eigentlich nur darum, eine entsprechende Zeit einzustellen, die ich dann rückwärts und vorwärts laufen lassen kann. Das Ding hat ein paar Optionen. Ist halt wirklich ein schönes, kleines Freeware-Tool. Ist jetzt auch grafisch nicht besonders gestaltet. Wir stellen es jetzt mal hier auf zwei Sekunden draus. So. Stellen das Ganze mal auf Start und da läuft es los. Dann... Natürlich ein kleiner, schicker Sound. Wer es braucht, ist bestimmt nützlich in irgendeiner Art und Weise. Sehr kleines Tool. Also schreiben wir mal selbst ein kleines Review darüber, was dann in dem Archiv von Freeware Pocket PC.net gleich dazu zu lesen ist. Ich mache jetzt einfach mal einen deutschen Kommentar. Den schicke ich ab mit Submit. Und das Ganze habe ich mit drei Sternen bewertet. Und ab jetzt ist das Ganze unter dem Programm gespeichert und dann auch unter den Reviews zu sehen. Da haben wir es. Insofern ähnelt das Ganze sehr dem Marketplace, besonders von Android-Geräten. Da sind natürlich noch ein bisschen mehr Software-Pakete dabei. Wir haben auch, wie gesagt, das Archiv von dieser einen Website. Aber es ist ein sehr, sehr großes Archiv und da findet man eigentlich jedes für jede Anlässe, was man braucht. Gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen die Funktionen unten in der Leiste an. Da gibt es einmal den Showcase. Das ist das, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Dann hat Freeware Pocket PC.net das Ganze natürlich auch nach Kategorien sortiert, die wir hier sehen. Und die haben auch noch eine ganze Menge Unterkategorien. Also auch hier ist eine Möglichkeit, sehr schnell, sehr einfach, das entsprechende Programm zu finden. Wir rufen jetzt mal hier zum Beispiel die verschiedenen Keyboards auf. Hier gibt es auch das Touch-Keyboard, was wir schon kennen oder das Pocket-CM-Keyboard oder G-Remote, worüber ich übrigens auch mal einen Test machen sollte. Sehr, sehr interessantes Programm. Von der Suche bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Hier kann ich wirklich nur nach Stichworten suchen. Wenn ich zwar nach Money suche, kriege ich auch so eine Programme wie Easy Expenses, was ich ja bei mir auf der Seite auch vorgestellt habe. Aber hier möchte ich mehr haben. Hier möchte ich nach Bewertungen suchen können. Hier möchte ich nach Sternen suchen können. Denn er soll mir alle 5-Sterne-Programme zeigen. Und das alles fehlt noch ein bisschen. Aber soweit ich weiß, ist die Software auch relativ neu. Es ist eine 1.0-Version, glaube ich. Und ich schreibe jetzt nochmal hier gleich einen Kommentar zu Easy Expenses hin, weil das kann ja nicht sein, dass hier gar kein Kommentar zu drin ist. Und ich möchte euch auch anregen, selbst immer schön Kommentare reinzuschreiben. Weil wenn man selbst Programme sucht, hilft es einem sehr weiter, was andere Leute darüber geschrieben haben. Und die Tatsache, dass man sich ja sowieso einen Account erstellen muss, also auch gleich eingeloggt ist, wenn man das Programm benutzt, macht das Ganze sehr einfach. Ja, das war eigentlich auch schon Open Market. Wie gesagt, ihr könnt euch hier sehr, sehr viel Programme runterladen. Und besonders für zwischendurch ist die Variante mit dem gleich installieren und in der Übersicht haben. Und meine Application zeigt auch nochmal, was von einem selbst installiert ist. Macht das Ganze sehr, sehr einfach. Und man hat einfach einen riesen Download-Archiv zur Verfügung, um sich das dann gleich auf den Pocket PC zu laden. Und alle Programme sind Freeware. Das heißt, das Ganze ist kostenlos. Kann ich wirklich nur empfehlen. Da sind wirklich ein paar schöne Schätze bei. Und wenn ihr zu einem bestimmten Anlass irgendwas braucht, werdet ihr hier bestimmt fündig. Insofern installiert euch das Programm. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Und hinterlasst eure Kommentare. Sagt, welche Programme habt ihr gefunden. Wie findet ihr das Programm? Wie findet ihr das Archiv von FreewarePocketPC.net? Und guckt euch auch meine anderen Videos an. Das war's. Bis dann. Bis dann.